Möchtest du die vielleicht mal hier irgendwo hinlegen? Komm mit. Pass auf, so. Legst du die hier auf so ein Ding drauf? Hat der Typ, der uns hier die Fenster lackiert, einfach eiskalt so eine Spinne lackiert? Hast du das andere Viech gesehen da oben? Alter! Alter, Alter! Wenn man feit hier, Spinne gegen Risse. Ja, ne? Guck mal, kannst du hier so... Wow! Spakoata. Ja, das ist hier so unser Gruselkabinett. Pass auf. Wo ist der Schalter? Hä? Jan, hast du den Schalter fürs Licht gesehen? Ich wollte gerade sagen, der war da schon auf dem Tisch. Da. So, Leute. Bam. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CFD. Endlich haben wir den 335i durch das Abgas gekriegt. Endlich. Es war unfassbar. Ich hatte das auf Instagram schon mal so ein bisschen gesagt. Ich glaube, ich hatte noch nie, noch nie, noch nie, noch nie so ein erlösendes Gefühl, ein Auto dort abzuholen. In diesem Video wollen wir ganz kurz mit euch über das Thema sprechen. Abgas. Was haben wir gemacht? Wie ist das gelaufen? Warum war es so schwierig? Was hat es gekostet? Und wir werden im Laufe des Videos auch sagen, wann die Verlosung ist. Denn der Termin, der steht. Ich möchte mich erstmal bei allen Teilnehmern und bei allen Leuten überhaupt, die uns hier abonnieren und kommentieren und verfolgen, bedanken. Weil ihr seid wirklich die Geilsten. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur so aus Spaß oder weil das so schön schleimig klingt. Nein, sondern uns haben über die letzten Monate immer wieder Leute auf Instagram geschrieben. Digga, mach dir keinen Kopf so. Alles cool. Coolstes Projekt überhaupt. Viele Leute haben sich bedankt. Und das fand ich schön. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Das hat mich dann bestätigt, was wir hier drin machen. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken, dass wir das hier zusammen gemeinsam gemacht haben. Diese Reise. Wie gesagt, das ist auch für dich. Ich sage mal, du bist angefangen mit dem 335 und zack, dann haben wir wirklich die erste. Das ist eine richtige Reise gewesen. Einfach, was wir hier an Schmerz und an Terror erlebt haben, an Dingen. Mir fallen so viele Bilder ein, wo ich hier stand. Und dann, meine Fresse. Richtig krass. Ja, ich denke, ohne euch wäre das wahrscheinlich eh gar nicht so möglich gewesen, so ein Auto so zu bauen. Und ich freue mich wirklich, dass wir das Auto jetzt verlosen können. Und ich bin ultra gespannt, wer es gewinnt. Und ich hoffe, dass ich das persönlich ausliefern kann. Ich habe jetzt leider ein bisschen Zeitdruck bis Ende Juni. Mal gucken, wo der Gewinner herkommt. Mal gucken, wie er drauf ist. Ob er es überhaupt haben will. Kann ich auch sagen, nö, kein Bock auf einen BMW. Ich fahre lieber Fahrrad. Hier auf den letzten Instagram-Abstimmungen war ja immer so ein bisschen so, nö, ich bin ein Dutch-Jahr-Fahrer oder mehr so Fahrrad. Ist ja okay. Ist alles okay. Wir sind tolerant. Alles ist okay. Wenn du das Auto nicht haben willst, ich nehme es gerne. Nein, das wird dann natürlich nochmal verlost. Das wollte ich nochmal loswerden. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Brummer mal an. Besonders markant hier auch zu sehen, der Diffusor, der hat ein bisschen gelitten auf dem Abgasprüfstand. Den habe ich auch nachher nicht mal, das habe ich nicht mal geändert, weil hier mussten die Endrohrblenden abgenommen werden, damit hier dieser Trichter draufkommt. Also wirklich kommen hier zwei Trichter drauf und dann werden die gesamten Abgase gemessen. Und das nennt man eine sogenannte Beutelmessung. Das heißt, da wird wirklich jedes Partikel, alles, was da drin vorkommt, wird gemessen. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen auch diese Abgasprüfung durch. Weil es haben auch viele Leute geschrieben, ey, Digga, warum denn nicht einfach hier HU, ich kenne hier einen. Nochmal, also Abgasuntersuchung im Labor hat nichts, nichts, gar nichts mit der Hauptuntersuchung zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, der Prüfer bei der Hauptuntersuchung, der guckt quasi nur so, passt, das könnte stimmen. So, ja, da geht es nur darum, ob manipuliert ist, ob die Abgasreinigung da ist, ob das Auto nach Lambda läuft, so, das passt. Labor, völlig andere Welt. Wir waren jetzt insgesamt, ich glaube, neun oder zehn Mal auf dem Abgasprüfstand. Warum, erkläre ich euch nochmal in Ruhe. Ich will das jetzt auch nicht so durcheinander machen hier, deswegen machen wir so ein bisschen geführt. Ja, du unterbrichst mich bitte, wenn es Chaos gibt. Also hier, Diffusor kommt eh neu, weil kaputt. Welche Probleme hatten wir im Vorfeld? Ja, Wärme. Wie ihr seht, wir haben hier den Endschalldämpfer. Ist das hell genug, aus welchem Licht holen? Ja, also wir haben hier unseren Endschalldämpfer. Und dann mussten wir hier von einflutig auf zweiflutig gehen. Das hat ja der Patrick geschweißt. Sehr schön in so einer Nacht- und Nebelaktion. Und dann haben wir hier unsere Katalysatoren. Die sind leider, wie man sieht hier, nicht optimal. Also wir haben hier die Monitorsonden. Die mussten ja natürlich nach Kat eingebaut werden und sind nicht optimal. Das würde ich gerne nochmal korrigieren. Das wird natürlich Zeit in Anspruch nehmen. Aber solche Details werde ich mit dem Gewinner debattieren. Das kann er selbst machen, wenn er voll heiß aufs Auto ist. Können wir aber auch machen. Irgendwann im August oder so. Mal gucken, wer das macht. Würden wir das dann durchziehen. Dann haben wir das Ganze hier thermointegral isoliert. Hat gar nichts gebracht. Hat einfach gar keinen Unterschied gemacht. Wir hatten ja schon dieses Video gemacht. Ich verlinke das mal hier, wo wir schon das erste Mal durchgefallen sind. Ursprünglich dachte ich ja, okay cool, wir machen nur die Hauptkatalysatoren. 200 Zellen Hauptkatalysatoren, richtig gute Aufladung von den Edelmetallen her. Keine Vorkatalysatoren und Abgaslabor, kein Problem, das wird bestehen. Warum habe ich das gedacht? Weil es diese Lösung so am Markt mit Teilegutachten gibt. Deswegen habe ich da nicht weiter darüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, dann muss das ja wohl funktionieren. Ist ja auch irgendwie logisch. Du machst hier so einen Euro 6 Cut hier unten drunter, hier hinten und das Euro 4 Auto und dann funktioniert das. Aber Leute, das funktioniert gar nicht. Wir hatten also hier erst unsere 200 Zellen Schwabenkatz, so nenne ich sie mal, ja, Schwabenkatz hier drin. Da sind wir mit 1500 Prozent durchgefallen. 1500 Prozent übergrenzt. Das heißt, das Abgas hat für 15 Autos gereicht. Und nochmal, es wird gemessen, Teillast. Das zeige ich euch gleich am Computer. Das ging gar nicht. Man hat das dann in den sogenannten Modaldaten gesehen, die gucken wir uns gleich nochmal an. Hintenrum, so ganz am Ende des Prüfzyklus, da sind dann langsam die Werte gesunken und dann haben die Katalysatoren angefangen zu wirken. Ja, diese Katalysatoren oder Katalysatoren im Allgemeinen, die wirken und funktionieren erst ab einer gewissen Temperatur. Das nennt man Light Off Point. Das ist dann, wenn der Katalysator anspringt. Ja, und unsere Schwabenkatz, die brauchen so 450 Grad und erst dann kann er arbeiten. Erst dann können die ganzen chemischen Reaktionen hier stattfinden. Und deswegen haben wir hier Thermo-Integral isoliert, weil wir dachten, okay, ist ja schon ein ganz schön weiter Weg von den Turboladern bis hier hinten hin. Da machen wir hier mal ein bisschen Isolierung. Und das ist eine Isolierung von HIOS und die meinten zu mir auch, ja, man verliert pro Meter ungefähr 100 Grad. Gut, hat aber leider gar nicht. Hat einfach keinen Unterschied gemacht. Wir mussten es vor allen Dingen zweimal machen, weil wir die Katze ja noch umgebaut haben. So, was haben wir dann gemacht? Nachdem ich dann, ich glaube, das erste Mal auf dem Prüfstand war, haben wir dann nochmal gedacht, okay, krass, Injektoren, Lambda-Sonden, alles gewechselt, alles gemacht. Ergebnis war noch schlimmer. Ja, war einfach genau, war auch schlimm, war gar kein, also, ne, völlig rüber. Gut, dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt müssen wir wirklich randalieren. Das war so vor acht Wochen oder so, jetzt müssen wir das Auto verlosen. Und jetzt kaufen wir diese HIOS-Cuts, ja. Haben wir hier HIOS-Cuts reingetan für, ich weiß nicht, 1500 Euro pro Satz, ja. Ne, Quatsch. Ich glaube, die kosten 900 Euro pro Stück, die sind unfassbar teuer. Hier reingebaut, hier extra noch die, die Monitor-Sonden reingeschweißt. Und so, ja, alles klar, jetzt, jetzt muss klappen. So, weil ich wollte euch ja diese Einschweißlösung verkaufen, dieses, dieses DIY-Kit, das, ne, das war meine Idee. Ich dachte, ich kann das hier mitprüfen mit Leistungssteigerung, dann könnte das für kleines Geld, kann man das machen. Coole Sache, scheint ja zu gehen, geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Dann haben wir hier diese tollen HIOS-Cuts eingebaut, wo ich mir dachte, okay, pff, die sind jetzt schon ganz schön teuer. Geht immer noch nicht. Da waren wir dann nämlich bei 800 Prozent. Also Abgas hat immer noch für acht Autos gereicht. Ja, wieso das denn? Der Light-Off-Point von diesen HIOS-Katalysatoren, der liegt so bei 250 Grad. Das heißt, die springen viel früher an. Aber das ist nicht das Ganze, ja. So ein Katalysator braucht auch einen gewissen Sauerstoffspeicher. Nachher für die NOx-Werte, wenn das Auto so ein bisschen schneller fährt. Und er braucht halt ein gewisses Volumen, um einen gewissen Abgas, ein Abgasvolumen zu reinigen. Also wenn du ein gewisses Abgasvolumen X hast, dann brauchst du eine gewisse Fläche Y, an der sich das Abgas reiben kann. An der sich das Abgas einfach reinigen kann. 200 Zellen sind schon recht wenig, aber du kannst ja auch 200 Zellen auf 90 Millimeter Durchmesser haben oder du kannst 200 Zellen auf 150 Millimeter Durchmesser haben. Diese Dinger sind jetzt auch nicht die allergrößten. Auf jeden Fall 800 Prozent. Dann sind wir da hergegangen und haben hier vorne in unsere Downpipes, haben wir kleine Katalysatoren eingebaut. Ja, das war dann schon so der Schritt, wo ich dachte, boah, das ist echt doof. Weil die Leute wollen, ihr da draußen, ihr wollt keine Katalysatoren hier vorne fahren. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Auf jeden Fall haben wir hier dann Euro 2 Katalysatoren eingebaut. Die waren so im Durchmesser, ich glaube 95 Millimeter und ungefähr, ich glaube 100 lang. Die hat der Patrick hier schön reingeschweißt. Ich habe die, hier sind sie doch, guck mal. Man kann das sogar noch sehen, hier sind noch die Downpipes. Pass auf, ich habe hier die Lampe. Da seht ihr, das ist quasi der Katalysator, die Matrix mit Gehäuse. Die haben wir hier einfach reingesetzt. Das haben wir gemacht, einfach aus Zeitgründen. Das hat der Patrick gemacht, damit wir hier das einfach hinbekommen haben, weil wir waren wirklich jede Woche auf dem Abgasprüfstand. Und das lief immer so, ich sage Patrick, wir haben nicht bestanden, ich habe Teile bestellt, dann kannst du schweißen. Morgen, alles klar. Geschweißt, eingebaut, wieder zum Prüfstand. Damit wir einfach verlosen können, damit wir fertig werden. Weil ich habe mir wirklich selber extremst Druck gemacht. Das ist also extremst. Euro 2 Katalysatoren. Warum habe ich die eingebaut? Weißt du es? Warum jetzt genau Euro 2? Das war jetzt ja die Vorkatz. Wir mussten ja versuchen, so klein wie möglich dann wieder, oder wollten ja so wenig Abgasdruck wie möglich da wieder erzeugen. Genau. Deswegen die kleinsten Katalysatoren erst mal eingebaut, um sich heranzutesten. Ja, und auch vor allen Dingen, um, ich sage mal, das preislich attraktiv zu halten für euch, wenn ihr das Kit nachher noch kaufen wollt, also dass es überhaupt noch eine Chance gibt, dass es irgendwer kauft. Weil die sind relativ, relativ preiswert. Ich glaube, die liegen so bei 600 Euro pro Satz. Die haben wir hier eingebaut. Und warum braucht man denn diese Vorkatalysatoren überhaupt? Original hat das Auto hier 600 Zellen und da 600 Zellen. Also insgesamt 2400 Zellen. Und wenn du dir den originale Downpipe anguckst, die ist auf 100 Millimeter und Durchmesser auch 100 Millimeter mit 600 Zellen. Das ist wie eine Wand. Das ist super dicht. Und deswegen wollen die meisten keine originale Downpipe mehr fahren, weil zumindest mit Upgrade Ladern ist das einfach zu dicht. Da kriegst du das Abgasvolumen nicht durch. Und deshalb sagen alle, okay, ich muss Downpipe-Catalys fahren. Mit einem 200 Zeller-Cat bin ich der Meinung, dass für diese Leistung funktioniert das. Ich hätte wirklich gerne hier vorne noch Sonden eingebauten, das ist alles nochmal gemessen. Aber wir müssen ja mal fertig werden. Mir läuft die Zeit davon. Aber ich bin davon überzeugt, ich habe auch mit H&S ganz viel telefoniert in den letzten Wochen. Auch nochmal mit Software, also Programmierern für die Leistung, mit mehreren und auch mit der Ladermanufaktur. Und das wird kein Problem sein. 200 Zellen hier vorne, das fährt jeder im Golf, das fährt jeder in irgendeinem Auto und das hält. Bis zu einer gewissen Leistung hält das. 700 PS wird das wahrscheinlich nicht erträglich sein. Aber gut, das ist eh illegal. Dann kannst du auch Catalyst fahren. Illegal. Warum braucht man dann also die Katalysatoren hier vorne? Welche Funktion haben die? Warum gibt es die hinten und vorne? Diese sind motornah. Das ist bei modernen Autos immer so. Und die Cat-Technologie, die war früher einfach noch nicht so gut. Heute sind Katalysatoren weiterentwickelt und die können viel mehr Temperatur. Guck mal, so ein F90, M5 mit OPF. Der kann 1000 Grad Abgastemperatur ab. Der altert dann natürlich schneller, aber der stirbt nicht. Die Katalysatoren, die hier sehenmäßig drin waren, die sind einfach direkt so, also Hangman, tot. Deswegen musste man das früher so machen. Technik wurde weiterentwickelt, deswegen kann man es heute ein bisschen anders machen. Man braucht aber motornahe Katalysatoren, weil dieser Motor hat ein Problem, Hitze zu entwickeln. Er hat einen großen Hubraum, drei Liter, zwei Turbolader. Da gibt es also dann einen speziellen Kaltlauf, bei dem quasi die Zündung auf minus 26 Grad gezogen wird. Das heißt, die Verbrennung wird quasi schon ins offene Auslassventil reingeschossen. Die Flamme geht wirklich durch den Kopf raus in den Kasten, damit der heiß wird. Ganz schnell. Das ist der typische BMW-Sound, wenn der kalt ist. Und dann wird dieser Fork hat ganz schnell heiß gemacht. Ganz schnell. Und dann, wenn er heiß ist, dann passiert hier eine sogenannte exotherme Reaktion. Exotherm, kann man sich merken, ist Exit, hinten und Therm. Das heißt, vorne kommen 300 Grad Abgas rein. Dann findet hier eine chemische Reaktion statt, wo halt sich die Abgase reinigen. CO wird in CO2 und NOx wird in was weiß ich. Korrigiert bitte, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Ich bin kein Chemiker, aber auf jeden Fall werden hier die Abgase schon mal gereinigt. Exotherme Reaktionen bedeutet, es wird Energie freigesetzt. Das heißt, die Abgas-Temperatur nach dem Cut ist 450 Grad ungefähr. Das heißt, der Katalysator reinigt nicht nur, der dient auch als Föhn oder als Heizung für die Katalysatoren hier hinten. Das heißt, die werden dann schneller warm. Und als wir dann unsere Euro-2-Katalysatoren eingebaut haben, hatten wir 400 Prozent über Grenzwert. Das heißt, wir haben uns halbiert. Vier Autos gespart vom Abgas her mit Euro-2-Katz hier vorne. Hat aber trotzdem nicht gereicht. Weil 400 Prozent ist so in der normalen Welt immer noch, also wirklich sehr weit weg von dem, was man machen will. Das ist nicht irgendwie eine Schraube nachdrehen oder irgendwas programmieren. 400 Prozent ist einfach Lichtjahre vorbei. Ja, wir kommen nur von einem ganz anderen Level. Und da habe ich dann, das war der Zeitpunkt, wo ich schon wirklich ein bisschen nervös wurde, wo ich mir dachte, alles klar, was machen wir? So geht es nicht. Ja, ich bin davon ausgegangen, es geht vielleicht einfach nicht. Ja, vielleicht, vielleicht muss ich das Auto einfach seelenmäßig verlosen. Vielleicht geht es einfach nicht. Ja, wir waren dann halt schon ziemlich tief drin und gefangen. Und ich habe dann gesagt, gut, wir müssen es jetzt durchziehen. Dann heißt, dann habe ich hier von H&S Euro-5-Katalysatoren gekauft. Das sind die einzigen, die hier reinpassen. Euro-5 mit Fluss-Direction, also Flow-Direction. Das heißt, die müssen auch wirklich so eingebaut werden. Bei den anderen ist das nicht so. 100 Millimeter Durchmesser in der Matrix und 105 Millimeter Außendurchmesser. Das passt gerade so eben hier rein. Wirklich gerade so eben. Und ist auch relativ kompliziert zu schweißen, weil du musst beide Seiten auftrennen. Du musst das komplette Gehäuse tauschen. Und damit das dann nachher noch alles passt, das hatte Patrick auch mal an so einem Tag gemacht, hat auch ganz gut funktioniert. Ja, und dann nochmal auf den Abgasprüfstand. Dann war es okay. Dann waren wir bei, ich glaube, bei NOx oder bei CO waren wir, glaube ich, bei 97 Prozent vom Grenzwert. Also wirklich so knapp vorbei. Und damit wir für den Ladeluftkühler und für das Ansaugsystem auch noch ein Teilegutachten machen können mit diesem Abgas, mit dieser Abgasmessung, brauchten wir aber eigentlich 70 Prozent. Das ist so. Wenn ihr mit dem Auto aufs Abgaslabor fahrt, dann gibt es zwei Werte. Einmal die wirklich gemessenen Werte für das Auto. Damit kann man auch einzelne Autos abnehmen lassen. Ja, da darfst du bei maximal 100 Prozent sein oder sagen wir 99,9 der Grenzwerte. Und dann gibt es daneben einen sogenannten Verschlechterungsfaktor 1,2. Da geht man dann davon aus, dass die Cuts altern, etc. Da darfst du nur 70 Prozent erreichen. Du musst unter 70 Prozent sein vom Grenzwert für eine Serienzulassung, Teilegutachten. Und wenn du das nicht schaffst, du bist also zwischen 70 und 99, dann musst du nochmal messen. Und wenn du dann nicht besser wirst, musst du nochmal messen. Du musst dreimal messen und mit jedem Schritt steigt der Grenzwert dann auf bis 100. Das heißt, nach der sechsten oder siebten Messung mit diesem Auto und jede Messung kostet 1500 Euro, mussten wir noch zweimal messen. Ja, noch zweimal, damit wir einfach dieses Teilegutachten hinbekommen. So viel dazu. Wird ein etwas längeres Video, tut mir leid. Ja, dann haben wir also jetzt hier vorne 200 Zeller, hier hinten haben wir 200 Zeller und extrem hochwertige Katalysatoren. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Katalysatoren kosten mehr als die Turbolader. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das irgendjemand kaufen wird, weil das Auto ist halt relativ günstig. Und wir mussten es ja zu Ende machen, alleine für den Verlosungswagen. Das heißt, es wird auch ein Teilegutachten geben. Das heißt, wenn jemand legal Upgrade-Turbolader am N54 fahren will, mit 520 PS oder so, dann kann er das bei uns kaufen. Ich muss mal gucken, wie das dann nachher aussehen wird, ob ich ihm auf jeden Fall zwingend die Katalysatoren verkaufen muss. Vielleicht hat er ja schon die Katalysatoren, weil diese Lösung hier, die gibt es auch schon von einem anderen Tuner mit diesen Cuts. Die hier müsste man sich dann halt kaufen, bei uns oder woanders. Da wird es ein eigenes Video zu geben, was wir jetzt genau für Teilegutachten für die anderen N54-Fahrer da draußen hinbekommen haben. Aber es ist halt leider nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich euch einfach diese DIY-Cuts anbieten kann und das halt zu einem fairen Preis und euch damit helfen kann. Es tut mir sehr leid, das ist auch eine große Enttäuschung für mich, weil ich da wirklich sehr lange dem Kopf durch die Wand wollte. Einer der Gründe, warum es halt ein bisschen länger gedauert hat. Aber es geht nicht und man muss irgendwann auch mal sich eingestehen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Man hätte jetzt, wenn man jetzt Geld, wenn Geld keine Rolex spielen würde, dann hätte man jetzt auch mal andersrum testen können. Man nimmt hier vorne Euro 5 und macht hier hinten irgendwas vielleicht Schwaben-Cut-mäßiges. Aber dafür, das auf dem TÜV dann herauszuentwickeln, das ist einfach viel zu teuer. Das geht nicht. Der Witz ist auch, ich war beim Abgasprüfstand und da stand eine Toyota Supra MK4. Baujahr 95 vor Facelift. War ein Sauger, umgebaut auf Turbo, so ein Lader. Und der war auch zum vierten Mal da. Und der TÜV hat mir netterweise den Kontakt vermittelt. Also der Besitzer hat mich dann angerufen. Wir haben ein bisschen geschnackt. Und der hatte das gleiche Problem wie wir. Erstmal wurden seine Katzen nicht warm genug. Der hat auch HJS. 400 Zellen unten, 400 Zellen nach Turbo. Dem wurden die Katzen nicht heiß. Dann lief sein Auto nicht nach Lambda 1. Und dann hat er eine Undichtigkeit am Waste-Gate. Also das Waste-Gate ist halt extern. Also das Rohr geht dann extern vor die Lambda-Sonde. Und da hat er irgendwie eine Undichtigkeit. Und wenn du eine Undichtigkeit vor der Lambda-Sonde hast, dann schnüffelt die halt nur Mist. Und wenn du auch Sauerstoff vor den Cut bringst, der da nicht hingehört, dann ist es nicht gut. Und er hat das dann noch so gemacht. Er hat sich dann noch so eine Sekundärluftpumpe eingebaut, für die dann die ersten 100 Sekunden läuft. Und er hat dann Euro 1, Euro 1, hat er gekriegt. Euro 1. Ja, wir sind hier bei Euro 4. Also für mich persönlich wirklich, das ist so richtig Endgegner gewesen mit TÜV. Verstehe mich jetzt auch mit den ganzen Menschen da. Super nette Menschen auch. Falls ihr das sehen solltet, vielen Dank an eure Bereitschaft, uns da zu helfen. Und wir haben da uns wirklich den Kopf zerbrochen und gesprochen. Wie kann das? Und was kann sein? Und es kann halt nicht der Prüfstand sein. Das ist so ein Maha-King-Dingeling für was weiß ich, wie viele Millionen von Euro. So ein Riesengerät. Das ist eine eigene Halle. Der ganze Prüfstand ist eine Halle. Der wird es nicht sein. Ja, da gehen Autohersteller drauf. Und ja, der wird es nicht sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es geschafft. Uh! Nochmal. Uh! Wir haben es geschafft. An dieser Stelle, guck mal hier. Wir haben auf Instagram gefragt. Es ist jetzt Sommer, ne? Ist ja jetzt bald Seezeit oder Mehrzeit oder wo ihr auch immer am Grillen seid und am Abfeiern seid hier. Wir haben noch zwei so eine Bluetooth-Lautsprecher von Bielstein. Die steht hier schon ein paar Tage rum. Und ich habe auf Instagram gefragt, ob wir die verlosen wollen. Und die meisten haben gesagt, ja, lass mal verlosen. Wenn du so ein Ding haben willst, schreib in die Kommentare. Was sollen sie schreiben, Timon? Okay, wenn ihr diese Dinge haben wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag, ich will die haben oder schreibt einfach rein, ich will die haben und dann innerhalb der nächsten Tage los ich die. Also, wenn das Video jetzt wahrscheinlich am Mittwoch rauskommt, dann machen wir das bis Sonntag. Ich schreibe es unten in die Beschreibung rein, von wann bis wann die Verlosung gilt und dann schreibt ihr das. Dann ziehen wir das wie letztes Mal. Übrigens, letztes Mal habe ich auch zwei verlosen und hat sich einer nicht gemeldet. Also, wenn du die haben willst, dann solltest du auch die Kommentare prüfen. Okay? Cool. Und jetzt möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie die sogenannten Modaldaten aussehen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hatte überlegt, ob ich euch Screenshots reinblende. Aber das können wir ja mal hier und da machen, nur man erkennt das dann so schlecht. Das hier sind die sogenannten Modaldaten. Die kriegst du dann einfach hier so aufpreismäßig als Exit-Tabelle. Und hier sieht man rot eingezeichnet, das ist der Fahrzyklus. Das ist also das Fahrprofil, was hier abgefahren wird. Und ihr seht, die fahren sofort los, Auto wird angemacht, die fahren los, 15 kmh, bleiben stehen, Leerlauf. Dann fahren sie los, fahren 35, ein bisschen länger, bleiben stehen. Dann beschleunigen sie, fahren 50 oder 55, dann wird nochmal ein bisschen abgerollt, Leerlauf oder so und dann hier unten wieder Leerlauf. Damit simuliert man quasi so eine Art Stadtverkehr. Das hat man damals so Euro 4 mäßig, wollte man das. Und man wollte eben keine Volllastfahrt, weil es da ein Problem gibt mit dem Füllungsgrad und weil du, wenn du richtig Vollgas fährst, dann kannst du auch nicht mehr nach Lambda 1 fahren und dann kannst du nicht mehr so sauber verbrennen. Damals hat die Autoindustrie gesagt, das hätten wir gerne so. Und das ist auch für die meisten Autos cool. Also abgastechnisch ist das halt, hat das gar nichts mit dem zu tun, was die Karre auf der Straße macht. Für uns, für unser Auto wäre es besser gewesen, wenn wir nach Euro 6 WLTP gemessen hätten, weil da kommt dann nämlich richtig Leistung, also richtig, richtig Last in die Karre. Und warum, das zeige ich euch gleich. Das hier sind jetzt die Werte für HC, Hydrocarbon. Das ist quasi unverbrannter Kraftstoff. Wie ihr seht hier hinten wird dann noch so eine Überlandfahrt und Autobahnauffahrt simuliert. So und die blaue Linie hier, das ist die Linie vom 20.05. und das war die erste Messung. Ich glaube, das sind die Schwabenkatz. Da seht ihr, das ist hier, das mit jeder Beschleunigungsphase geht hier quasi, geht hier quasi das HC hoch. Also selbst im Stand ist das halt immer noch da. und das wird erst hier hinten, nach ungefähr 10, 12 Minuten geht das so in den Bereich, wo es halt weniger wird. Es muss aber nach 100 Sekunden ungefähr, muss es null sein. Ja, so dann waren wir am 28.05. Das ist die gelbe Linie. Das sind dann quasi die HLS-Cuts. Dann seht ihr, das ist einfach schon weniger geworden. Ja, hier ist, das sieht man jetzt nur so ein bisschen, hier ist der Peak, hier ist noch ein Peak und dann hier, dann wird es einfach eher, wird es eher weniger, aber es ist immer noch viel zu spät. So, dann erste, sechste. Das ist die dunkelblaue Linie. Das ist quasi mit, mit Forecut. Ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Warum, weiß ich auch nicht. Am Anfang relativ hoch. Hier, relativ, relativ hoch. Und dann, dann geht es einfach hier hinten schon relativ schnell. Also die Werte sind dann halbiert, werden hier hinten relativ gut. Ja, aber halt 400 Prozent immer noch viel zu viel. Und dann haben wir hier die grüne Linie. Die grüne Linie und dann seht ihr, nach ungefähr 100, 155 Sekunden geht das hier, sind wir hier, hier ist die Nulllinie, sind wir hier im Nullbereich. Und dann ist der einfach sauber. Und das gleiche habe ich auch noch mal hier gemacht für NOx. Da seht ihr das. Grau ist quasi worst case. Das war ganz am Anfang und grün ist die Linie, wo wir jetzt zuletzt gefahren sind. Und dann haben wir unten noch CO und CO geht dann auch, geht dann auch gegen Null einfach am Ende. Und vorher war einfach Terror. Ich wollte euch das einfach noch mal ganz kurz erklären, mal kurz zeigen, wie das genau aussieht. Ich habe ja mittlerweile auch, wir haben ein paar Mal was gepostet auch und da hat sich auch der TÜV Nord, Mobilität hat uns dann geantwortet und ich versuche da mal Kontakt zu kriegen, dass wir da vielleicht mal eine Art Führung kriegen, dass wir mal so einen Abgasprüfstand wirklich zeigen können, weil ich persönlich finde das super interessant. Bin gerne da, wenn wir nicht gerade mit so einem Schmerz da unterwegs sind. Fand ich super spannend und ich fände es echt cool, wenn wir da mal mit einem Profi über den Prüfstand gehen können. Und ich glaube, es ist sehr faszinierend, was die da jeden Tag machen. Und die können auch Anekdoten erzählen, das werden die wahrscheinlich nicht vor Kamera tun, aber es ist wie in einer guten Vorlesung. Die können da Anekdoten erzählen zu Autos und zu, wie die Autohersteller auch wirklich kämpfen, mit Tricks arbeiten, um eben die Abgase zu schaffen. Ich habe ja auch im Vorfeld, ich habe ja wirklich Dissertationen gelesen, wie kriegen wir die Abgase hin, wie kann man das verbessern? Mittlerweile bei den neuen Autos werden halt richtige Heizspiralen vor den Katalysatoren eingebaut, nur um die heiß zu kriegen, damit die warm werden. Also das Thema Abgas und ihr seht es ja, das ist ja jetzt nicht, ich will jetzt nicht den Moralapostel raushauen oder so, aber ihr seht ja, dass das Auto halt ohne Katz halt wirklich sehr, sehr schmutzig ist und ich meine, ist halt gesundheitstechnisch auch einfach nicht geil für die Menschen, die halt nicht in dem Auto sitzen, sondern das halt einatmen, das ist halt giftig, ja, das ist halt wirklich giftig. Da stirbt man irgendwann von und wird schwer krank. Das ist halt nicht geil einfach. So ein bisschen Verantwortung muss ja auch jeder haben. Das heißt, es hat schon Sinn und Zweck, dass man das halt einfach macht. Ja, ich meine, wir leben ja nicht mehr 1900. So, das muss schon sein. Am Ende des Tages ist halt die Konsequenz oder die, nicht die Konsequenz, sondern die Erkenntnis, wir sind eigentlich immer in den ersten 4,5 Sekunden durchgefallen. Immer nur im Kaltstart. Danach war das Auto in der Regel schon relativ sauber. Bei der Messung am 1.6. waren wir nach 400 Sekunden, war das Auto wirklich, also parademäßig sauber. Es war einfach nur dieser eine Bereich, Kaltstart. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe mit vielen Programmierern gesprochen und keiner hat Ahnung davon. Die können alle Vollgas und Vollgas können die richtig gut, aber niemand kannte sich aus mit dem Kaltstart, mit Cut-Heizen. Wie verhält sich das? In welche Richtung bewegt man sich, wenn man jetzt Zündungen zieht, wenn man Zündungen gibt, wenn man eher nach Lambda 1 fährt, wenn man abweicht vom Serienhersteller? Niemand wusste das. Weil alle machen nur Vollgas, ist klar, aber Teillast, Abgas, machen die wenigsten. Die meisten fahren ja nur mit illegaler Software durch die Gegend. Und ja, wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt. die Kosten, die Kosten, auch nicht zu unterschlagen, nicht zu vergessen. Die ganze Geschichte, also ich sage mal, diese 9 bis 10 Abgasuntersuchungen plus die Geräuschmessungen, die wir jetzt nächste Woche machen, die mit der Abgasanlage kein Problem wird, plus die Katalysatoren, die wir gekauft haben, und ich habe ja mehrere gekauft, plus der Einbau, plus die Teilegutachten, die nachher noch erstellt werden müssen, hat uns das am Ende ungefähr 18.000 Euro gekostet. 18.000 Euro. Ja? Normalerweise zahlen wir so 5.000 bis 6.000 Euro für ein Teilegutachten, Abgasmessung etc. 18.000 Euro netto. Habe ich schon gesagt, dass es 18.000 waren? Sag mal, wie viel? 18.000 Euro. Und an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz klar werden. Wir haben ja hier diesen TTS stehen und damit machen wir ja heute diesen Flügeltest, Abrissversuch für den Heckspoiler. Und ich weiß jetzt schon, dass viele Leute sagen werden, ja, kann ich Gutachten haben? Ich habe den schon gekauft. Nein, wirst du nicht können. Weil das kostet richtig viel Geld. Und ich weiß auch jetzt schon, bei dem 335, dass dieses Gutachten, dass viele Leute dieses Gutachten haben wollen, ohne überhaupt irgendwas zu kaufen. und viele Leute verstehen auch nicht, warum wir unsere Gutachten so aggressiv schützen teilweise, ja. Weil es gab da schon mal Vorfälle, auch mit Tuning-Filmen und so, die dann unsere Gutachten zweckentfremdet haben. Und Leute, ich packe dann die Keule aus. Wirklich. Und dann Staatsanwaltschaft, Urkundenfälschen, das volle Programm. Jetzt richtig auf die Fresse. Richtig auf die Fresse. Weil es gibt nichts Ekelhafteres. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Der ist so aufgerissen, der kann ganz bequem 40 Stunden durchfahren. Und da geht richtig Kohle rein. Und wenn dann jemand kommt und mein Gutachten nimmt und zweckentfremdet oder sich Teile woanders besorgt, das geht gar nicht. Ich werde eine Internetseite bei uns einrichten, ja. Most Wanted. Wenn du siehst, in einer Facebook-Gruppe oder in einem Forum oder auf WhatsApp in so einer Gruppe, dass einer fragt, hey, hat einer das Gutachten und irgendjemand anders gibt eben das, kannst du dich bei mir melden. Machst du einen Screenshot, schickst du mir, ich kümmere mich um den Rest. Ja. Lucille kommt dann. Und dann kriegst du auch was von mir. Kriegst du eine Belohnung. Weil das geht nicht. Wir können das sonst nicht mehr machen. Ich hoffe, ich appelliere da an euch, dass ihr korrekt seid. Wir sind korrekt. Ich hoffe, ihr seid korrekt. Ich gehe davon aus, dass die meisten korrekt sind. Wenn euch sowas auffällt, meldet uns das. Ja. Weil sonst können wir das nicht mehr machen. Und eins meiner Hauptbestreden, warum ich hier sitze, warum ich das mache, jeden Tag ist, ich möchte die verrückten Tuning-Sachen legal machen, damit ihr nicht mehr so Probleme habt da draußen. Ja. Legal machen. Weil die meisten Sachen kriegt man legal hin, nur es bezahlt keiner die Kohle, um es legal zu machen. Weil es dann auch keiner kaufen will, oft. Ich mache es trotzdem. Ja. Ich versuche, TÜV zu machen. Ich teaser jetzt schon mal. Ja. Das Gleiche versuchen wir jetzt mit dem Single-Turbo. Nicht mit dem Auto. Versuchen wir auch mit TÜV. Machen wahrscheinlich nicht viele, gibt es aber nicht mit TÜV. Ich denke mir, es ist eine coole Sache. Versuchen wir mal. Und das sind dann Kosten, die da reingehen. Es sind richtige Investitionen, das schreibe ich ab. Es ist ein richtiger Rucksack für die Firma. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du, wenn dir auffällt, da wird irgendwo mein Gutachten geschoben, dann schreib mir das und ich kümmere mich darum. Ja. Vielen Dank. Die Verlosung, die Verlosung wird nächste Woche stattfinden. Ich gucke mal ganz kurz nach welches Datum, nicht, dass ich das wieder falsch habe. Wahrscheinlich 21. oder 22. Wahrscheinlich der 22. Juni 2021. Wahrscheinlich irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr abends. Ich wollte es eigentlich an einem Wochenende machen, irgendwie an einem Samstag, wenn es hier dunkel ist mit unserem Licht. Ich wollte das so richtig cool machen, aber mir läuft die Zeit davon und das machen wir dann einfach vielleicht beim nächsten Mal. Machen wir es nochmal cooler. Es wird auch ein Notar anwesend sein, weil mittlerweile haben wir halt doch ein paar Menschen, die an der Verlosung teilnehmen und ich meine, ich weiß, dass wir das alles völlig korrekt machen, aber damit ihr auch ein gutes Gefühl habt und damit ihr auch sicher gehen könnt, dass da alles sauber vonstatten laufen wird, wird ein Notar anwesend sein, der kennt die Liste aller Teilnehmer, der guckt sich an, wie wir losen, ist alles schon abgesprochen und dann könnt ihr, wie gesagt, sicher sein, dass das alles wirklich sauber läuft, weil wir werden hier das Auto nicht irgendjemandem zuschieben oder so. Ja, machen wir nicht. Das Auto wird an, einer von euch wird diese Karre kriegen und wird richtig Spaß damit haben. Es ist ein richtig, richtig geiles Auto. Jedes Mal, wenn ich zum TÜV gefahren bin, habe ich es wirklich genossen, weil die Karre fährt einfach, die fährt so geil, die ist so stiff, die ist so, die liegt so gut auf der Straße, nichts klappert, alles ist richtig geil. Ist ein richtig cooles Auto. Losverkauf ist heute, heute ist Montag, der 14.6. endet heute Abend. Das heißt, wenn ihr das Video seht, könnt ihr keine Lose mehr kaufen und ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt zum Thema Abgas. Es hat mir, ich sage es nochmal, wirklich sehr viel Spaß gemacht, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir werden auch vielleicht nochmal ein Video machen, Leistungen messen oder so. Ist ja nicht alle Tage und dann liefern wir den Wagen aus und ich hoffe, das kann ich auch filmen. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich wollte euch jetzt erstmal nur auf den neuesten Stand holen, was Abgase angeht. Sorry, das Video ein bisschen länger geworden ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button, so richtig so, mit Energie. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht, wie ihr schon gemacht habt. Kommentiert fleißig, gebt mir euer Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.